Ich sage immer, ich möchte in einem Kinofilm das Gefühl haben, das ist Kino. Und zu Kino gehören große Bilder, Augenpulver, wie man es auch nennen kann. Das heißt, dieser Drehort hier, Thailand, bietet uns natürlich für die fünf Freunde eine fantastische Möglichkeit, weil man hier wirklich tolle Bilder drehen kann, weil die Natur so imposant ist und so eindrucksvoll, dass man, glaube ich, die Kinder und auch die Erwachsenen ganz gut begeistern kann. Und darum geht es und das versuchen wir. Und deswegen sind wir auch hier und freuen uns, dass wir hier sind. Ich bin ja schon sehr, sehr, sehr alt. Deswegen kenne ich die fünf Freunde sogar noch aus meiner Kindheit. Ich kann nicht mehr sagen, welche ich gelesen habe, aber ich habe ein, zwei oder drei Bücher gelesen und ich meine, ich hatte eine Langspielplatte, liebe Kinder. Wisst ihr noch, was das ist? Das sind diese großen schwarzen Dinger gewesen, die Vorläufer der CD mit einer Fünf-Freunde-Geschichte. Ja.